Ja hallo, 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 willkommen zurück, für uns ist ein Tag vergangen für euch eine Woche, das müsste eine Woche sein glaube ich, so, wir sind jetzt dabei, zumindest war es der Plan, eben diese schöne, wunderschöne Fabrik, die hier auch nicht ganz heile ist, hier tatsächlich, umzubauen in eine Mechanismen-Fabrik, unten habe ich das schon gemacht, die ist ja ein bisschen von Advanced Mating Factory schon drin, das kann hier weg werden, ich habe beschlossen, dass wir gar nicht so viel brauchen, und wir machen das jetzt so, dass wir hier, das kann auch weg glaube ich, diesen Abteil benutzen, um Sachen durchzuschmelzen, da kommen nachher noch Kabel rein, Input-Outputs, die dann das Ganze steuern, das sind wie viele sind, sei ich 2, 4, 6, 7, da können wir einen bauen, dann hätten wir 8, dann wäre es ein ganzes Channel, hier ein Kabel, ja, gucken wir mal, und hier oben ist noch ein Fehler drin, so, warte, man kann es auch gleich hier richtig abstützen, hier, da, so, und, äh, dann würde ich sagen, machen wir so kleine Räume, die jeweiligen, die, 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 die hat so einen Eingang haben, wo man dann sagen kann, hey, hier, ich brauche jetzt in den Infuser, ich gehe es in den Infuser hin, der für, wo jetzt schon drin ist, wo das drin ist, das drin ist, da kann man die ja schon vorladen, dass man da nur noch rein muss, und im Prinzip den, die Items, die man braucht, da reinschmeißt, ähm, man könnte das auch so machen, Killer, dass wir vielleicht in den Räumen eine, ähm, Ablagekiste machen, dass wir sagen, hey, wenn wir jetzt eine große Menge an irgendwelchen Items, ähm, zu Alois machen wollen, zum Beispiel, ne, dass wir eine Kiste placen, so wie wir es jetzt auch haben, und wenn wir halt eine große Ladung haben, dann packen wir erstmal alles in die Kiste hin, dann ist das eh automatisiert, also wir machen es so halbautomatisch, ich glaube, das ist die beste Option, weil automatisch wird ein bisschen heftig, weil wir bräuchten ja einen Trigger, der dann sagt, hey, ihr habt einen bestimmten Wert, darfst du nicht mehr weiterarbeiten, und das wird, glaube ich, schwierig. Ich weiß aktuell nicht, wie es geht, aber es geht bestimmt irgendwie. Ne, vor allem müssen wir nochmal gucken, wenn wir das hier alles fertig haben, und wir ja anfangen, äh, Rohstoffe zu verwenden, umzuändern, wie auch immer, oder halt zu benutzen, weil jetzt sind die Ideen ja in unserem Storage-System rum, ne, müssen wir echt noch einen Monitor aufbauen irgendwo, wo wir dann sehen, wie viel wir an items davon noch haben, und wie viel wir ja gut, das müssen wir wieder verlangen. Das lässt sich machen, genau. Aber wir müssen halt, dafür müsste erstmal hier alles fertig sein, aber das lässt sich machen. Ja, ich mach jetzt die Räume fertig, mach ein bisschen konkret, und, äh, kann ich hier schon was abbauen, was du nicht mehr brauchst? Was hast du schon was? Ja, das brauchst du denn gar nicht mehr. Hier ist ich hier, hab schon mal, das kann ich ja versprengen, das brauch ich ja nicht. Welches sind? Du kannst es mir doch sehen. Nee. Wie viel, ja, die, den kann ich noch, was kann sein, dass ich das noch brauche, weil. Warte mal, hier, wo ich stehe, kann ich wegmachen. Ja. Komplett durch. Ja, halt so, dass er stromleule, grün, man kommt. Strom muss halt ankommen. Okay, und das linke kann weg, oder was? Ich wüsste, das hast du alles damals hingebaut. Ich weiß auch nicht. Okay, brauchst du nicht, wuss? Dann mach das. Und wenn, dann weiß ich, wo's ist. Dann weiß ich, ob wir die Flammstreifen haben. Äh, lol. Your first generator. Also diese drei Sachen hier. Ja. Das waren die Sachen für die Rakete. Auch der Bio-Generator? Ja, tatsächlich, ja. Lassen wir aber mal stehen hier erstmal, weil das ist... Das würde ich tatsächlich noch lassen. Das können wir nachher... Also das Ding ist, die Idee war ja eh, wir sind hier noch so ein Protest zu machen für die Rakete, weil... Soll ja nach was ausschauen, finde ich. Ne, ja, weil es super haben wird, theoretisch brauchen wir nur Fuel. Ja. Den Rest hab ich schon. Also das können alles wechseln. Okay. Der so lag-Generator kann aufhängt, der ist ja richtig beschissen. Der macht ja gar nichts. Wer? Der so lag-Generator. Der war richtig Bullshit. Den Hammer hat man gebraucht für eine Mission. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich hab hier ein bisschen strange gebaut. Geht nicht auch zu. Ranger Things? Ja. Welche standen? So... Wir haben nur ein Problem, das nennt sich... Ich habe keinen... Ja. Das ist natürlich... Ich pack die Alte und erst mal in das Storage-System, weil ich halt noch nicht weiß, wie ich die bau... Oder brauch nachher. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt erstmal Concrete-Craften muss. Ich weiß nur nicht, wie wir das gemacht hatten. Wie geht denn nochmal Concrete? Ah, okay. Mit Sand und Dingens. Sand brauche ich... Oder warte mal, ich kann ja Concrete hier auch angeben. Nicht Concrete, sondern Concrete. Konkrete? Konkrete. Mein Tobi! Ich weiß halt nicht, ob du vielleicht das mit Hilfe von Terminals lösen kannst, das Problem der Automatisierung. Ah, nee. Das kann ich dir nicht sagen. Haben wir noch Bumier? Äh, genau. Sollte man nicht aus Bumier auf Farbe machen? Perfekt. Sehr gut. Genau das, was ich brauche. So, das haben wir schon mal. Sehr schön. Concrete. Gebt mir den geilen Shit. So, ah, ich war ja genau gestern, ich war ja da dran gehangen. Ah, ich hätte doch so ein Concrete-Wascher, ne? Irgendwo war das so ein Ding. Ist das hier? Ja, den hast du irgendwo. Das? Ja, das ist das. Aber hattet ihr denn nicht mein Output? Bin mir doch nicht mehr so sicher. Ach, nee, witzig. Ach, witzig. Ah. Probi, wir haben doch irgendwo mal einen Filterstick gehabt. Wo hast du den Hängen? Was haben wir? Den Filterstick. Den Pedestrian. Äh, einen Filterstick. Ich weiß nur, dass wir einen Link und einen Upgrade haben. Den anderen Kram, weil ich nicht nur tust. Ich hab so begleitet, dass wir so kompliziert. Also unnötig kompliziert, sag ich mal so. Äh, wie heißt denn nochmal Fans, ne? Ne. Wie heißt denn das da? Ironbar, ach so. Barz. mit ihren bars braucht das muss ja auch wieder schön aussehen hier so sachen passiert das gibt ja gar nicht so ja ich überlege mal wie wir das am besten machen mit dem mechanism also wir haben ja die infuse diese griebe kein strom weiß ich nicht nach drüben arbeitet die fabrik wahrscheinlich noch warte moment ja okay die lasse ich jetzt wohl laufen das ist nicht mehr viel dies gleich wohl die fabrik wir haben ja die dinge genau wir haben sie die meckanissen das melding factory haben wir die enriching factory war es glaube ich nicht die wir auch entschuldigung ich hab den nächsten schritt gemacht tut mir leid was macht ihr an die die enriching ist nächstes machen wir brauchen die infuse oder sowas nicht genau weil das benutzen wir häufiger mit dem erleuster ja das richtig nee nee doch klar natürlich im metallurgic infuse brauchen dann muss ich jetzt kurz mal gucken wie viel wir eigentlich brauchen ich würde eh den besten nehmen das heißt wir bräuchten erstmal nicht so viel ich würde erstmal nur jeweils immer einbauen das heißt da jemand haben wir auf jeden fall dass wir benutzen das häufig brauchen dann haben wir noch ich glaube wir brauchen noch hohe raum also kohle einmal dann brauchen wir redstone einmal ob sie die jahren brauchen wir einmal ist das willst du willst du nehmen noch mal wenn noch einmal redstone dann brauchen wir hoch das weiß ich nicht aber ich glaube das brauchen wir auch noch mal diamant für obsidian dass dann brauchen wir stahl sieben habe ich jetzt schon mal gezählt brauchen wir bronze ich weiß es nicht dann brauchen wir noch acht für stahl dass und flachs das also 99 stück brauchen wir auf jeden fall und ich glaube erstmal war es doch ich glaube nicht dass wir unbedingt nette weit machen nette weit dass das ist irgendwas mit termes series aber neun stück brauchen wir habe ich neun gezählt ich glaube ja so ich kann mal gucken für neun stück haben infuse heißt mine aber ich glaube die infuse gibt es nun standard oder gibt es noch bessere factory basic infusing factory habe ich mal drei stücke baut aber ich baue auch mal ein paar infuse weil ich brauche ich jetzt basis hat das reicht so dann basic basic infuse ich bin verwirrt moment so habe genug gebaut dann baue ich da das upgrade von was nicht geht haben wir gut geklärt weil ich brauche dafür diesen roten advanced controller haben wir aber noch von welchen habe ich schüttel ja ich glaube doppelte also doch mal elf so haben wir fehlen erläutig haben wir noch erläutig ne killer wir haben keine lois wie kann das sein kannst du mir das erklären einmal bitte es gibt erst mal ein bann das hier klare so das sind genug von den fans und jetzt kann ich die noch krasseren machen die elite aber ich glaube das lohnt sich nicht näher ich glaube die event war schon gut genug davon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 den 10 brauche ich nicht so dann habe ich die schon mal das concrete müsste auch fertig sein zumindest größtenteils perfekt so neun stück habe ich killer neun stück neun stück die frage ist wo pack ich die infuse die braucht man ja wahrscheinlich häufiger ne vermutlich ja die werden wir tatsächlich öfter brauchen noch 3 3 4 5 ne das macht keinen sinn pack ich hier hin ich glaube ich packe die mal hier hinten hin ich glaube ich habe überhaupt keine sinn was ich hier gebaut habe gut ich weiß ah ne warte stimmt da kommt ja noch eins dazu warte mal kommt ja hier noch eins dazu das ist ja dumm schön dass ich jetzt die steck wieder bekommen ja etwa nicht oder was 2 3 4 5 6 7 9 perfekt das passt genau alles klar gar nicht laut meine uhren auf die neue ich habe also hast du hast ja mein wohnung sprengt als das kann sein es haben wir per testes fertig Nee, nee, Pedestrials sind nicht fertig. Ah nee, da fehlt noch dieses Fete-Wink-Ding, ne? Da fehlt schon noch was, aber ich hab Pedestrials jetzt noch weiter gemacht, dass man das noch weiterkommt. Ja. Also, dass man auch rankommt. Wir haben ja schon echt viel... Angefangen, aber nichts verändert. Ja, genau, aber auch fortschrittlich sind wir weit. Also, ich mein, das Foodies und Farbenmaske könnte man relativ schnell fertig machen. Da fehlt nur eine Sache. Nee, da fehlt mir eine Sache. Ach ja, hm. Und das ist das, wo ich gerade hänge. Nee. Ja, ja, ich seh's. An der Godmild. Der Rest, ja, das andere ist auch, ja. Der Terme Expansion geht, glaub ich, auch relativ zügig. Aber, äh, Mechanism ist noch ein bisschen. Industry Foregoing, hm, 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 könnte, könnte funktionieren. Ja, progression haben wir noch ein bisschen. Tetra müsste eigentlich auch relativ gut gehen. Wollen wir das NeverEye herbekommen? Das weiß ich auch noch nicht. Ist das überhaupt was in der Hand? Was ist das? Oh, weiß die Hölle. Okay, wass mal. So. Ich mach das jetzt mal, weil wir den Platz haben. Ich bei jetzt hier nicht, wenn ich ehrlich bin. Und dann mach ich das so, dass ich... Ja, wie mach ich das? Glastechnisch später. Ach so, lol, hier ist ne Lampe. Lol, drauf xd. Das ist ja ungünstig. Dann haben wir die Smelting Factory, die Infusing Factory. Das ist doch ganz geil. Und dann mach ich hier noch ne Treppe irgendwo hin, weil wir müssen auch nach oben. Oder ein Fahrstuhl, ist mir auch egal. Ich glaub, Fahrstuhl ist cooler, ne? Glauben ja. Ich glaub auch. Ich mach das mal so, damit jeder Bescheid weiß. So. Der muss hier noch... Ach so, warte mal, dann kann ich hier auch... Hahaha. Das ist ja irgendwie dumm. Wenn wir die jemals anschließen sollen, hab ich hier zu viele gebaut. Weil ich jetzt... Wobei, ist eigentlich egal. Wenn wir das... Also der Gedanke ist halt, wenn wir jetzt ein Kabel verlegen, der hat ja nur 8 Channels pro. Eigentlich hätte er 32, aber 8 pro Smart Kabel. Aber, ähm... Ja, dann müssen wir ein dickes Verlag legen. Ist ja egal. Ähm... Genau das. Das sieht doch schon nach was aus. Die Frage ist... Was kann ich hier machen? Ich mein, wir haben den Platz. Den sollte man ja auch nutzen, ne? Für Kleinigkeiten irgendwie. Dann mach ich hier das Treppenhaus hin. Ja. Das passt doch. Oder irgendwie muss ich mal gucken, wie ich das Treppenhaus machen. Oder Fahrstuhl halt, ne? Wobei, warte mal, mein Fahrstuhl könnte man dann ja... Warte mal, dann mach ich hier. Äh... Gucken wir erstmal, wenn zu weit ist. So. Wir haben ja die Infuse. Ich hab die jetzt erstmal geplaced. Ich will mal gucken, was wir noch haben. Wir haben hier die Crush haben wir noch, ne? Davon brauchen wir aber nicht viel, oder? Äh... Weit ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Oder wir brauchen den Kopfschaden. Dann heißt es gut gut. Ach, schau mal an. Melting ist klar. Das ist... Infusing Factory. Infusing... Ja, ich nehm die mal hier raus, weil die drüben bald funktionieren werden. Ah. Und dann... Und dann... Infusing... Infuser... Advanced Infuser... Ist alles Infuser hier, Alter. Kann alles gleich weg. Das ist der Scheiß. Ähm... Ich muss kurz überlegen. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Da erstmal schmeiß ich den Scheiß weg. Geistern brauche ich jetzt nicht. Die Kiste auch nicht. Der Cotton Fix auch nicht. Ja, die Lampe, die... Später... Ähm... Wofür haben wir jetzt das Crushing eigentlich benutzt immer? So Kleinigkeiten, ne? Äh... Ja. Wir brauchen nicht so viel davon, glaube ich. Dann würde ich nämlich irgendwie nur so... Drei Stück hinbauen. Weiß man so drei verschiedene Sachen gleichzeitig machen muss. Ich glaube, das ist so ganz in Ordnung dann. Mal gucken, wie mache ich die nochmal? Nein, 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 nicht. So, drei Stück habe ich. Dann place ich die auch schon mal. Und... ich hätte schon wieder was freigestellt da hast du das abends und weapons equipment turms hast du ja das habe ich jetzt mitgemacht ein stück jetzt ist doch hier viel zu groß immer so bearbeite ich gerade dran müssen mussten wir jemals was quatschen was das geführt hat dass wir es erst dann infusion konnten ach du heilige ich schaue mir das kann man durch das auch nicht so ich glaube schon ich bin nämlich dass das ob die anwohner scheißaufgaben kommt ich habe sie die an wo bist du nicht brauche ich lasse ich bin wieder an ja plastik das ist das was ich jetzt eigentlich schon bock hatte gerade ja 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 eigentlich möchte ich den platzieren würde man das sind die menschen machen wirklich spaß fertig gebaut dass ich die lampen genau dahin geplaced habe wo ich mit den blöcken jetzt hin muss ich habe ja er hat ist leute er hat ist er hat scheiß aufwand ist das ist halt so wenn man halt fortgeschritten ist hier never break so was sagt man aber nicht brauche ich nicht brauche ich kann auch nicht brauche ich bin einfach mal echt alle sachen brauche ich kann es nicht nicht interessiert keine ist das kennt man ja schon von mir was war das letzte was ich jetzt noch auf bühne war das letzte junge dünner das ganze muss ich ja jetzt muss ich alles hier rein schön wie du klingst so wie so eine kleine oma ich helfe wo ich kann wenn das so wäre wäre es ja schön wenn du nochmal wärst nur wenn du helfen blieb so ich das ist ne lüge ich lebe wo ich kann manchmal die ganze lüge lampen wieder abreißen ja das ist ja schon das hier facken sind so wo ist denn alles wo ist der kleine killer ja ich würde sagen die basic ist da nicht so schlecht oder so hat schon müssen das industriell ist ja der boden ist natürlich jetzt nicht ideal aber müssen noch ein terminal hier schieben auf jeden fall oder halten ex das bringt mir eigentlich egal nur für die meckern ist eine halle wenn du mal irgendwo ran muss in einem system und geht da ist das band nicht stark genug grad doch er wusste der ach so du hast ihn wie weit hast du den erweitert ich dachte du hättest jetzt nur ein bisschen nein den habe ich massiv erweitert den access point der hier steht 56 meter das ist nicht das minecraft meter angibt tatsächlich gibt er das in meter an soll das ist nicht mal gelogen 56 was habe ich getan hier ist das ding wie ihre schnee weiß ich nicht ich habe es nicht eingestellt aber ich glaube dass er das so definierend ist ein block immer ein meter ist machen also er kann 57 vor fünf meter gehen tatsächlich gar nicht mehr so wenig es geht bis zum naja also also im teil von der factory ist drin ja noch nicht weil ich gerade kein material für meine war ja das buchstück würde ich gerne ich habe ich das ding genannt mit den lichtern wiesen scheinbar nicht leid weil wir brauchten für wireless booster brauchen wir ändern das und dafür brauchen wir ändern ich glaube wir haben keine ender bei doch klar wäre massig die sind nur nicht im system eingepflegt da bringen sie mir viel ja ich habe die halt noch nicht drinnen weil kabel und so weisse wir mussten ja sparen dann kann ich natürlich noch arbeiten wo stehen die denn die sind in der rechtesten kiste die du kriegen kannst da im raum rechter geht nicht ooooh 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 doch miau leul spidi pie spidi po warum kommen wir denn inscriber ernsthaft? ok inscriben wir mal jetzt ist hier hinten hell genug äh, kann ich die Kette los machen wir dürfen jetzt dann echt mal so eine bahn machen wo nur advanced inscribers entnehmen und automatisieren ja das kann man wirklich automatisieren weil was willst du sonst neu inscriben weißt du was ich alles inscribe aktuell ich habe hier schon eine komplette bahn gemacht nur mit inscribern ja ja also inscriber gehen das habe ich immer zu wenige ich sollte mir mal ne das für vorgegangen halle bauen vielleicht vielleicht sogar da genau da wo du stehst wird sich anbieten so technisch gesehen so dann gucken wir mal also ich brauche jetzt noch glas dünnes glas ja dünnes glas brauche ich oh god guck dir die scheiße hier habe ich reingegeben habe nehm 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 so jetzt kann dieser komische ins kreiber irgendwie sieht es auch komisch die sieht auch komisch aus